Die Fokus N ist die erste Großveranstaltung im Raum Augsburg für Fach- und Führungskräfte, die sich für das Thema nachhaltiges Wirtschaften interessieren. Das Thema ist für Augsburg sehr wichtig. Das zeigt beispielsweise der Preis, den wir gerade als Stadt gewonnen haben. Wir sind die nachhaltigste Großstadt in Deutschland. Wir haben ein Programm konzipiert, wo wir Vorträge aus der Praxis und Vorträge aus der Theorie kombinieren. Highlight dabei war sicherlich unser Kino-Speaker Prof. Dr. Kolodzi. Stichwort wäre also, wie kommen wir von einer Kultur der Ressourcenausnutzung zu einer Kultur der Potenzialentfaltung. Das heißt, wie möchte ich, dass eine gestaltete Zukunft auf mich zukommt? Das bedeutet, ich muss heute, jetzt was tun. In den Workshops haben die Teilnehmer die Möglichkeit, miteinander Ergebnisse zu erarbeiten und auch voneinander zu lernen. Nicht nur vom Referenten, sondern eben auch durch das gemeinsame Erarbeiten von Ergebnissen, die es in der Region schon gibt. Ich bin sehr berührt von dem ersten Vormittag. Und zwar tolle Referenten, viele Eindrücke, die ich mitnehme. Und jetzt vor allem in dem ersten Workshop wunderbare Gespräche, die sich ergeben haben. Zum einen natürlich heute Morgen die Vorträge. Fand ich sehr spannend, diese Erlebnisse, diese Best-Practice-Beispiele zu sehen und zu hören, von anderen Unternehmen mitzuerleben, wie sie sich da einfach aufgestellt haben und was das für sie bedeutet. Und ich finde diesen Ansatz, den man da gewählt hat, hochgradig interessant. Habe auch gleich darum gebeten, mir diese ein oder andere Grafik zur Verfügung zu stellen, weil ich möchte in meinem Bereich jetzt wissen, wo stehe ich? Also für das, dass es eine Pionierveranstaltung ist, bin ich wirklich begeistert, was da auch für fantastische Inhalte transportiert werden und wie groß die Beteiligung schon ist. Wenn wir hier neue Werte und neue Gewinne hier in der Region sichtbar machen und auch wirklich leben, dann ist das für uns ein Standortvorteil. Es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema und das muss einfach weiter vorangebracht werden. Da bin ich gerne wieder dabei. Also ich fand die Ausstellung, ich finde die Ausstellung sehr toll, sehr hilfreich. Es gibt viele Akteure. Also dieses Forum hier bietet eine einmalige Gelegenheit, wirklich mal alle Aussteller kennenzulernen, alle Aktivitäten und deswegen ist es nur zu empfehlen. Ich habe eine unglaublich positive Resonanz erfahren. Die Leute, die ich angesprochen habe, die haben spontan erklärt, dass das ein guter Auftakt war und dass sie in jedem Fall auch dabei sein wollen, wenn es weitergeht. Und das ist eigentlich das beste Zeugnis, das man ausstellen kann. Ich glaube, dass mit dieser Auftaktmesse heute ein Stein ins Wasser geworfen worden ist, der so nach und nach dann immer größere Kreise ziehen soll und das Potenzial hat diese Messe auch. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das fortgeführt werden muss. Ich glaube, dass das ein guter Auftakt ist, dass das ein guter Auftakt ist,